Oppo hat wie erwartet die Nachfolger seiner erst im Juni eingeführten R11 und R11 Plus vorgestellt. Die Hardwarebasis ist mit dem Snapdragon 660-Chip immer noch die gleiche, aber Oppo R11 S und R11 S Plus besitzen größere Displays im 18 zu 9 Format und eine Fold Plus Auflösung von 2160 x 1080. Anzeige. Statt mit 5,5 und 6 Zoll wie die R11 kommen die neuen Smartphones mit 6,013 und 6,433 Bildschirmen. Trotz größerem AMOLED-Display ändert sich durch die schmalen Ränder bei Gesamtgröße und Gewicht kaum etwas von R11 zu R11 S, wie die folgende Tabelle zeigt.